Hallo ihr Lieben, ich bin Jody Nalani und ich komme am 30.06. zu euch nach Köln auf Summer Jam, nach all der Zeit. Ich freue mich total. Ich bring meine gesamte Band mit und kommt vorbei und feiert mit mir Gleisdreieck Jody Nalani, 30.06. Summer Jam. Kommt vorbei. Ich bin Jody Nalani, 30.06.